Hallo zusammen, mein Name ist Andrina Gucker, ich bin 17 und bin Rennfahrerin. Ich habe einen kleinen Job für die ShowTV. Euch zusammen, sagt der Lehrer zu seinen Schülern, sehr herzlich willkommen zum ersten Schultag. Lassen Sie mal zuerst bitte alle E-Namen sagen. Steht der Erstjub und sagt, ich bin Hannes. Das Lehrer, falsch. Das heißt Johannes. Steht der Zweitejub und sagt, ich bin Sepp. Das Lehrer, falsch. Das heißt Josef. Steht der E-Namen und sagt, ich bin der Joghurt.